Hallo Leute, es geht hier heute mit einer neuen Folge HomeSuite Home. Ich habe die letzten zwei Folgen ein bisschen lang gehalten. Ich würde sagen, ich mache jetzt 25 Minuten. Ich habe jetzt die Uhr auch jetzt mal einen Blick. Stimmt, ich hatte eben hier irgendwie ausgetestet, weil kein Sound da war. Ich habe schon mal neu gestartet, aber er hat das anscheinend gespeichert mit der Tür. Ja, ich habe schon aufgemacht. Ach du Scheiße. Da war noch gerade was anderes, oder? Wer hat denn die Tür jetzt abgeschraubt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Tür ist abgeschraubt, ich war ja auch nicht mal draußen. Was ist denn jetzt los? Hä? Ich habe nur die Tür... Fuck, Alter, was habe ich das ausgelöst? Mist. Da war glaube ich ein Balkon, oder so. Äh, was sind das für Kreaturen? Kreaturen der... Nacht. Das ist ekelhaft. Boah. Alter, das Spielen ist so heftig gemacht. Das ist einfach so gut gemacht. Bisher. Okay. Oh, haltetit. Natürlich nicht. Aber hier hat noch so eine Riesenhand gesehen. Was war das? Irgendeinen Riesenviecher. Hier gibt es nicht. Verdämmig, dass das nicht mehr ausprobiert war. Gibt es nicht mehr ausprobiert? Hier gibt es nicht mehr ausprobiert. Karma. Karma ist ne Bitch. Ich bin nicht sicher. Das ist Beruhigungsmusik. Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt geht es wieder ans Eingemachte. Hier draußen ist noch was. Geht es nicht lang? Haben wir hier nichts? Okay. Dann geht es halt so. Hals, 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 Hals. Ich will nicht draußen sein. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist auch irgendwie ein Werwolf. Oder irgendwas. Oh nein. Nein. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Miesen-Face. Ah, okay. Ich muss... ...effekt timen, oder? Oder geht er auch mal weg? Ist er weg, ne? Jetzt kommt er wieder. Wie gesagt, er hat so ein rotes Knies-Auge. Höh. Alter, was? Geil. Oh, er bewegt sich. Oh, da ist er. Höh. Der ist aber weggegangen. Höh. 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 Höh, Alter. Höh. Höh. Zuerst die alte. Okay, die war irgendwie gruseliger, fand ich. Voll merkwürdig. Die ganze Tür kann man nicht benutzen. Was ist das? Höh. So. Ich gehe auf den Pott. Kann man nicht springen. Höh. Höh. Mann. Das ist jetzt zu ruhig. Was hat der überhaupt am Arm? Äh, an der Hand. Ring, ne? Weißt du, soll ich erst mal hoch gehen oder runter? Oder nee? Also ich würde eher... Ich glaube, hoch müssen wir. Jo. Hoch müssen wir. Ist doch nichts zum Lesen, ne? Schade. Ich will mehr erfahren. Ähm. Okay. Hat man die ausgetestet? Ich weiß es nicht. Ich bin echt perfekt. Weiß ich, wo lange ich gehen muss. Hier kann man aufmachen. Hier nicht. Alles klar. Gut, dass es einen einhängigen Weg gibt. Oh ne, ne? Der ist wieder da. Mann. Der wird uns sowas von erwischen. Höh. Ne. Der ist wieder da. Oh, ja, ja. was ist da das sollte so sein das sind die kleinen das sind die kleinen das ist ein großer weil sie genauso aus wie die anderen nur halten groß also das gibt es doch gar nicht also gibt es wirklich nicht ach nee das ist alles nur geträumt und dann mal weiter wann da auch külten sie auch viel weiter hatte ich lass noch mal kommen man da auch külten man da auch külten das ist ein geräusch aus welchem aus welchem öffnen kam der gerade schnell durchziehen gut die tür ist wohl jetzt offen jetzt auch erstmal in den anderen hat er sich aus jetzt ist noch so ein sammelsstück die seriösen fotos ich bin verrückt und nervös alles mögliche auch der geht noch war aber ich finde die alte wie echt abfackend ich weiß jetzt nicht soll ich da lang oder da mal ja wo ist denn jetzt die hier die gang weg die machen so ganze gänge weg das heftig ich weiß nicht wo lang was ist das hier in letzter zeit musste ich nachts oft durch die dritte etage falls ich den schlüssel nicht zurückgebracht habe verwahre ich ihn im tresor in meinem büro auf polizeihauptmann bunschau polizeihauptmann was für die tür ne die tür der etage ich werde erstmal gucken was hier unten ist nichts das ist die erste etage oder ja muss auch noch schlüsse haben die zweite etage geht nicht auf das ist doch nie mal jane alter bist du bescheuert junge ich glaube du hast einen für den ersten stock tönisch können wir hier runterlatschen ist die offen kommt die kniesauge wieder oh hab ich dich gestört beim kacken oder was leckt mich am arsch da war so ein vieh ich habe schon gedacht dass da was war das macht mich nicht so erschrocken alter ist ja auch jemand auf dem bord ich bin der toiletteninspektor so ein bisschen gag mal beim scheißen gestört wird da nicht gut und ich werde da jetzt auch gleich gestört das polizeistation ist das hier sind wir von der heutzutel zur polizeistation dann sind wir von da an da das ist echt komisch merkwürdig dass es hier nichts gibt zum lesen die kann man benutzen benutzen da hinten geht es auch lang alter witzig verarschen geht es hier rein nein ach haben wir schon was steht da überhaupt ich brauche schon dafür sag es mir ich brauche doch dafür was hier ist aber auch nichts was man mitnehmen können das ist doch mal übersehe ich was ich blind hier geht es leider nicht rein zeit ist es noch im time ein tresor haben wir auch noch hier 916 so scheiße hey warte mal 916 hey okay hier ist 0,9 oder sowas das so so Ein Hinweis auf etwas. Was ist denn da? 9, 1, 6. Ey, was bedeutet das? Ist ja auch verkehrt herum, weißt du. Ne, das kann auch nicht sein. Oh, warte. 90, 10, 60. Ja, ist ja das gleiche. Was heißt das? Was ist das? Das ist das. Hmm. Ich werde es aufkommen. Was heißt das? 916 Warte mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ne. Ist auch immer am Anfang was anderes. Hä? Können wir eine schon hoch? Was ist das? Äh, ich schaue mal hier. Wofür? Ah, für das Ding abzumontieren. Oh, ich will das da haben. Ich glaube, da wäre das Schraubenzieher drin. 916 916 916 916 916 Das hier gibt aber irgendwie keinen Sinn. Bei 9 gibt es nicht, 1 gibt es nicht und 6 gibt es nicht. 1 10 12 12 13 13 14 15 14 15 15 15 Was sehe ich nicht? 916 Achso, ich muss mal googeln, falsch, selbst wenn man es so liest, ist das genau die gleiche Reihenfolge, 90, 10, 60, jetzt kann er nur das sein. Okay. Okay. Stimmt. Da weiß ich nicht weiter, weil er zeigt auch genau darunter auf den Fall, 90, 10, 60. Was ist das denn für eine Scheiß, was ist das für eine Scheiß, Fliege, Junge, Junge. Ich komme nicht darauf klar. 40, 60. Das ist mal schon mal umgekehrt. Umgekehrt. Hey, warum? Alter, das war ein Missionsgegenstand, glaube ich. Aber wir haben zwei Wege jetzt. Außen sind wir eigentlich schon überlänger, obwohl ich habe gerade geguckt, ich weiß jetzt nicht wie. Wir können eigentlich da lang und auch da lang. ich weiß nicht, ich gehe nochmal runter, wenn es geht. Oh, 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 oh. Das geht sogar. Alter. Das geht sogar nicht. Den miesen Arsch. das hat mich richtig damit habe ich gar nicht erwartet die dreckssäcke eine artgeist kein bock zu lesen also schon lang hergang ist weg dürfen jetzt gar nicht dahin wie ist es das denn deswegen hat das müssen wir noch für den ersten es wieder das ist das neu und das schmidt wie es weitergeht in der nächsten folge so schön folge hier ja dann folgen wir die in der nächsten folge tschüss